Fotorealistische Renderings werden häufig eingesetzt, um die Entwürfe zu vermitteln. Meistens müssen Sie sich bei Renderings entscheiden zwischen Schnelligkeit und Qualität. Archicad 25 bietet Ihnen beides. Die vollständig GPU-basierte, das heißt auf der Grafikkarte basierende Rendering-Engine Redshift von Maxon, ist nun in Archicad enthalten. Mit Redshift erstellen Sie direkt in Archicad in kürzester Zeit fotorealistische Renderings und nutzen dabei Ihre komplette Grafikkarte aus. Mit Redshift rendern Sie in erheblich kürzerer Zeit als mit anderen Rendering-Lösungen und nutzen dabei Features wie Global Illumination, physikalische Sonne und Himmel, physikalisch korrekte Lichtquellen, die Neuser, Mesh-Lights und vieles mehr. Da die Rendering-Engine sehr hohe Anforderungen an die Grafikkarte stellt, achten Sie bitte auf die Mindestanforderungen. Redshift in Archicad ist nur verfügbar, wenn Sie einen gültigen Servicevertrag besitzen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner. Nutzen Sie Redshift für Ihre Renderings und Sie bekommen beides, Qualität und Geschwindigkeit. Mehr Informationen finden Sie auf grafisoft.de